Der Wetterbericht ist Ihnen oft zu allgemein und ungenau. Wenn Sie das ändern möchten, dann setzen Sie am besten auf diese Internet-Wetterstation von Somicon. Auf dem farbbrillianten TFT-Display mit selbsterklärenden Wettersymbolen erfahren Sie auf einen Blick alles, was es zum tagesaktuellen Wetter in Ihrer Region zu wissen gibt. Detailinformationen wie die Außentemperatur, Raumtemperatur, Windgeschwindigkeit, UV-Index oder Sonnenauf- und Untergang runden das Angebot sinnvoll ab. Zum Hobby-Meteorologen werden Sie im Handumdrehen. Einfach den beiliegenden USB-Stick mit Antenne an Ihren PC oder das Notebook anschließen. Die Werte werden aus den Daten eines weltweiten Stationsnetzes gewonnen, via Internetverbindung übermittelt und per Funk auf die Wetterstation übertragen. Doch damit nicht genug. Sie können das LCD-Display auch als digitalen Bilderrahmen nutzen, der Ihre liebsten Schnappschüsse als Diashow anzeigt. Wenn Sie die Wetterstation auf den Nachttisch stellen, weckt Sie die kleine Box sogar und Sie haben alle wichtigen Wetterdaten schon bevor Sie aus dem Bett steigen. Nie mehr mit der falschen Kleidung aus dem Haus gehen. Ein Blick auf Ihre neue Wetterstation genügt, um sich zuverlässig zwischen Pulli oder T-Shirt entscheiden zu können. Greifen Sie zu!